moin moin ihr bärtigen ladies und herzlich willkommen zurück bei ghost in the shell first assault online zusammen mit dem einzig wahren herrn baron ich grüße euch ja und nachdem wir in der letzten folge so gefällt haben dachten wir uns machen wir gleich weiter so ja es geht gut weiter aber ich denke wir sind ein bisschen besser hallo wir sind ein bisschen besser eingeschossen wollen wir diesen gang hier verteidigen mit unserem leben wenn wir tun granaten kill ja und aus dem tunnel kommen sie aus aus dem tunnel kommen sie auch krass erobern schon heftig fix doch komm schon ich habe meine fähigkeit gerade angemachte und dann knallt der mich über den haufen dieser mimimi na toll jetzt sind nur zwei sekunden aktiv jetzt schon vorbei der spaß hier ja da kann ein paar getarntem sehr schön ach komm schon alter es macht echt keinen spaß ich bin nur am getötet werden pack jetzt die schweren geschütze aus digger jetzt kommt die die para zum einsatz also voll in meine schrotpatronik ist noch kein einzig umgebracht war jetzt war und dominiert wo ich ober hier lieber man muss dir mal deckung geben raketen kill und durch granate gestorben weil ich rückwärts gegangen bin nie rückwärts gehen ich hab's klar ich hab's gleich noch zwei sekunden zwei sekunden terminal ist gesichert sehr gut du bist einfach ein geiler typ und dann fängt dann kann man auch am start ha gern geschehen jetzt gibt es ultra auf dem sack leute jetzt gibt es ultra unter deinem tachikoma sehr gut ich habe gerade das zweite ich brauche unbedingt unterstützung ich habe gerade bloß jemanden der versucht hat schon mal durch zu b zu werden ich bin bei dir ok die kommen aus dem gang ja ich habe ihn gesehen aber bin leider drauf gegangen und ich glaube ich sollte echt ein bisschen mehr bei der schrot bleiben weil da läuft es eigentlich ganz gut ok jetzt über das gegnerische team müssen wir schnell handeln ich habe einen gel link gekriegt ach komm voll in den gegner rein ach fuck da stand der hat unten so nen so nen Turret aufgestellt die sind auch ultra hart diese Turrets ey ja du kannst sie ganz gut umgehen aber ja der hat den schon intelligent reingestellt vielleicht kriege ich ihn von hier oben ok ich sehe ihn ich sehe ihn ich sehe ihn der Turret ist down oder ja ok der fink tank ist gehackt und zerstört unten wird auch oh wir obern gerade sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut ist aber allein da also ne sehr gut es läuft doch digger es läuft doch yeah schau mal an ich hab dich gerecht dankeschön ich bin auch wieder am start oh shit und schon wieder fast tot ok auf D äh die Frage ist bloß wie kann ich die Raketen wieder irgendwie anfangen oder muss ich jetzt permanent mit den Raketen rumrennen na gut wenigstens nicht sinnfrei eingesetzte Raketen boah weg an den gegnerischen fink tank gestartet müssen sie nun mal überleben die haben fast eingenommen schon na die sind gleich da der hat auch wieder so nen Turret reingestellt pass auf ich hab aber den Tachikoma nicht getötet und ich hab ihn daraufhin mit der Granate erwischt weil ich ihn grad noch hacken konnte das ist die kommen jetzt auf C ok also gleich zurückziehen auf 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 thermalticamo up, I'm going in. ok die kommen da ganz schwer durch den keller ich bin hinter dir ok geh lieber auf dem ding auf dem kontrollpunkt die kommt von hinter dir hinter dir hinter dir hinter dir ja sehr gut ok skillsync konnte ich mitnehmen oh tachikoma hat uns alle erwischt oder oh wir haben aber das terminal 3 zu 2 3 zu 2 nach oder wurde ich gerecht von mir ist gut ich bin doch dein liebster reche wir müssen echt auf die drücken aber wie blöd das machen die gegner auch gerade das problem ist bloß auf die reichweite war ich gerade mit der schrugflinte ein bisschen es könnte sein ja schlecht vorbereitet ich schon mal das schaffen wir jetzt nur noch eine rakete hat nichts gebracht und ich bin durch die granate gestorben wir sind fast schon da so jawoll ja wir haben es gleich wir haben es gleich so klingt ein bisschen abzusichern da kommt die kommen von links ja krass die uns beide erwischt ey mit einem schuss fuck aber wir haben es geschafft ja immerhin wir haben es geschafft mit unserem lieben verteidigt hallo Herr Baron hallo jetzt muss ich aber auch mal nachladen hier ey haha doppel kill ey triple kill schöner kill so jetzt aber Finale hier ey jetzt ist aber jetzt ist Rock'n'Roll jetzt müssen wir echt mal ein bisschen auffallen hier jetzt ist Rock'n'Roll Digga ey die Schmach von letzter Runde also für mich da steht ein Turret hinter der komischen Mauer ey fuck ich komm von der linken Seite ey die Schmach von der letzten Runde stimmt die darf man nicht auf uns sitzen lassen aber es steht 4 zu 2 oh aber die erobern hart ey damnit da hab ich mich in den Gang zurückgezogen in dem Gegner drin saß boah nur noch alle am sterben in diesem Kammer fuck der sitzt da drin und gegenüber ey das mit dem Turret das ist so ne geile Idee ey ja das wäre vielleicht der nächste Agent den man mal ausprobieren könnte ja aber der hilft dir halt echt nur bei dem Ding was ja ja fett geglitscht fett geglitscht oh oh nein da war eine Granate ja da kommt vor allem der gegnerische Think Tank bei mir dauerts noch nicht 2 Sekunden bis ich wieder irgendwas machen kann ich bin noch down 22 Kills ey ja diesmal ist es richtig spannend ey also Terminal D ok der hat sein Turret auf der linken Seite auf dem linken Durchgang hin platziert ja ja es wird auf jeden Fall schon mal gehackt von uns oh hallo mit den anderen Turrets kommst du halt nicht vorbei ey no fucking way keine Chance keine Chance keine Chance ok aber wir sind fast da ja ich bin stehe oben drin it's not a long way to go but still a way to go so ich passe auf die Rechte auf ok der eine der hier versucht hat rein zu gehen den habe ich mitgenommen ach da ist der Tarn Skills ich gerade noch aktiv hatte komm schon ah du musst da oberen Dinger da kommt einer links um sieh er geht um die Dinger ja ah spannend du eroberst aber gerade nicht ne jetzt eroberst zuerst ja ok dann ja wegen 2 Metern ey ja ich wegen einem halben Meter ohne Scheiß aber saugeil ey saugeile Runde ja heute mal wieder die hat mal wieder richtig Spaß gemacht ja und endlich mal was geleistet ey ja muss auch mal sein vielen Dank fürs Zuschauen vielen Dank dass ihr mit dabei wart in dieser genialen Runde und wir sehen uns dann beim nächsten Mal haut rein wir sehen uns dann wir sehen uns dann und dann